So liebe Zuschauer, los geht's mit dem nächsten Match. Und da sind wir im zweiten Liga-Match des heutigen Abends. Alt aber C gegen das dynamische Duo auf der Doom Mountain Map der Season 2 noch. Einer der Maps aus den alten Ligen, die wir noch gar nicht aufgepäppelt haben so richtig. Da ist noch nicht der Cooldown mit integriert. Der automatische Cooldown, der durch Explosion sich anzeigt, ist nicht damit bei. Und ansonsten haben wir die Doom Mountain auch nicht mehr in der Season 3, auch nicht in der Season 4, glaube ich. Glaub ich. Bin jetzt gar nicht so sicher. Hat mir die vielleicht in der Season 4 schon drin? So, aber kommen wir mal zum Match. Sehr geil. Team links gegen Team rechts. Ich brauche nicht mehr viel erklären. Also hier Chili in Rot unterwegs und Jules Stark hier in Lila unterwegs. Die beiden gegen das Team. Dynamisches Duo hier mit Sunny in Grün und gegen den Fraser hier in Gelb. Die Map hat was Spezielles. Also Jules hat einen ganz essentiellen Vorteil. Der kann diese Brücke hier noch zerstören. Bei der alten Map gab es hier einen Fehler, einen Bug, wo man hier rüberfahren konnte. Hier an den engen Passagen. Ich meine, dass das auf der Map noch geht, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Kann ich nicht hundertprozentig sagen. Also Jules, sehr gut wäre es aus seiner Sicht und auch fürs Team, wenn er das hier dicht machen würde. Weil er hätte den starken Fraser hier erstmal abgewehrt. Er könnte dann nicht mehr so rüberfahren. Ja, und hier haben wir ganz, ganz viele NPCs, die getriggert werden können. Aua, aua. Ganz viele Bobs. Das ist eine Bob-Armee. Die Bobbys mit Schlagstücken. Und manche mit ein paar Gans. Also nicht die Gans von, die kann man rupfen und kochen, sondern Gans so wie Waffen. Ne, 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 ne. Die Schützen sind schon sehr, sehr gemein hier von Fraser. Nein, die haben Bobby getötet. Nein, Bobby. Ah, Ovi kommt. Ah, Tierquäler. Kann doch nicht sein. Es geht wieder los hier. Das müsste eigentlich gelbe Karten geben. Wisst ihr? Aber kommen wir mal zum Match. Hier, Jules Dark baut sich hier links schon hoch. Und Sunny baut sich hier nach unten. Das ist schon mal interessant. Die Map ist sehr, sehr eng. Wirklich, die ist richtig, richtig eng. Ja, naja. Geht ja gerade das Enge. Es ist schwierig hier die Map zu handeln. Damit wir läuten. Aber aus Sicht. Die Brücke würde ich immer noch dicht machen. Und Chili oben unterstützen. Sehr, sehr wichtig. Denn Sunny wird ordentlich Druck aufbauen. Aber so richtig. So, Chili jetzt auch hier mit Scouts unterwegs. Dürfen alle noch keinen Bauhof bauen. Bis mit einem klarkommen. Zweite Waffenfabrik gebaut. Vom Erz her hat Fraser gerade die Oberhand. Schau mal rein. Ja, der Sammler, der verirrt sich hier immer. Oh, das ist ein Bauwie. Mal sehen, ob der jetzt noch Bauwie bleibt. Oder ob der Erzler sich ihnen anvertraut. Oh, knapp. Oh, guck mal, wie tierfreundlich der bitte ist. Habt ihr das gesehen? Ey, das sind Pathfinding-Kombleme. Ganz normal. Aber wir denken einfach. Das ist lieb gemeint. Aber wir die mal fahren, ne? Guck mal. Einmal ein Pudding. Wie geil ist das? Da guckt ihr mal. Das ist so ein klassisches Beispiel. Nächste Season werden 1000 Dollar für jeden getötet Sibi oder Hund abgezogen. Boah, da wäre ich für. Und die Hälfte spende ich dann. Mach ich. Oh, 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 oh. Was ist denn hier los? Ei, ei, ei. Obacht. Sunny hier mit den Sowjets unterwegs. Baut sich hier mit Teslan schon vor. Er macht's. Er macht's. Richtig. Das ist richtig. Er muss es machen. Weil ich schätze, vom Spielverlauf her, das Team, dynamisches Gru, was hier durch Sunny und Fraser gespielt wird, ein bisschen stärker ein. Und beide entscheiden sich. Oh, beide. Beide, 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 beide. Sehr schön. Sag mal, ich hab da irgendwas explodieren sehen. Hat das bei euch auch eben so geruckelt? Und so eine größere Flamme gegeben? Geht möglichst gleich down. Fahrt's ab. Oh. Countdown. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und null. Jetzt. Es hat geklappt. Richtig gezählt. Jawohl. Pures Glück. Muss man auch mal haben. Und das wird hier hart. Beides haben wir jetzt hier. Sunny und Chili. Ja, also richtig nice. Hier muss Jules auch rüberkommen. Er darf jetzt nicht beide Brücken zerstören. Er hätte beide stehen lassen müssen. Es ist immer wichtig, hier das safe. Und wenn er jetzt gemeint ist, der Sunny macht ja die. Ja. Und das passiert, wenn man nicht auf Zack ist. Das haben wir schon mal bei Chili gehabt. Chili wurde auch schon mal rausgenommen. Naja, wurde komplett getrennt vom Festland. Und, ja. Jules Stark ist jetzt, ja. Ich würde mal sagen, mein gemütlicher Safe Place. Ja, er ist jetzt erstmal hier wirklich. Und er kann auch nichts übersetzen. Er kriegt hier keinen Hafen gebaut. Er kommt auch nicht mit dem Transporter hier rein. Es geht einfach nicht. Es geht nicht. Es ist ganz, ganz mies. Das Einzige, was er machen könnte, ist tatsächlich mit dem Kronotransport. MBF gebaut, ja. Sollte er zumindest jetzt mal plizieren. Ja. Äh. 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 Warte mal. Oh. Oh. Apropos, ähm. Two and two. Bauhof nicht erlaubt, ne? Also nicht unter die zehn Minuten. Da ist einer raus. Die Frage ist, ob er den gebaut hat, oder ob der jetzt... Oh, oh. Das war wahrscheinlich die Nervosität. Oh. Ramat, haut doch mal in die Bombe rein. Vielen Dank, Ramat. Und schaut euch das an, was der Sunny macht. Fährt hier nochmal ganz krank hier durch. Ja, das mit dem Bauhof, auch das hab ich auch schon mal fast verkackt. Hat aber herzlich hier, äh, von Sunny. Gute Taktik. Einfach mal die Brücken rauszunehmen. Einer der ersten Moves, die man gut machen kann. Ey. Hier wirst du's... Hier wirst du's nicht schaffen, Silos rüberzubauen. Das geht nicht ganz, Meister. Hast du hier bei der mit nicht. Hier kann's knapp klappen. Hier eventuell. Und wir sehen jetzt gerade hier den Fraser, wie er sich hier nach vorne baut. Nächstes Feld. Er ist auch total sicher. Braucht... Keine Gedanken machen. Allerdings brauchst du dich auch, äh, Jules, nicht hier verstecken. Hier sind noch genug Ressourcen, um noch zu helfen. Also sprich, lass ihn einfach da bleiben, wo er ist. Soll auf R gehen und sich auch verteidigen. Auch gar nicht großartig auf Panzer gehen. Kann ja nur ein bisschen Verteidigung an der Küste machen, damit hier keiner auf dumme Ideen kommt. Und ein paar Rocket-Sätzen hier für Kronopanzer sollten hier rüberkommen. Hier, äh, von Sunny. Äh, ne, von Fraser. Fraser hat auch so ein bisschen Zwicker-Probleme. Und er macht das auch richtig. Er setzt jetzt hier auf Luft. Du kannst gerade den Sowjet hier mächtig, das wäre eine mega Entlastung, wenn der Jules hier oben gleich hilft, der Chili. Denn Chili ist auch schon fleißig dabei, allerdings noch zu offen. Hier muss definitiv, aber sie hat gerade Geld-Probleme, noch ein, zwei Tesla hin und noch mehr Panzer nach vorne. Was sie gut macht, ist hier schon mal die Tesla-Fruber. Die helfen sehr, sehr gut. Und Jules Sark hat auch mit Geld gerade nichts zu befürchten, weil er sich ja nicht auf die Panzer und so fokussieren muss. Er muss aber auch aufpassen. Also ich kann mir vorstellen, dass der Fraser gleich einen fiesen Move machen wird. Wir gucken mal, ob er schon irgendwo Kronopanzer gebaut hat oder so. Nope, hat er nicht. Na ja, bleiben wir mal hier oben. Schauen uns die ganze Szenerie hier mal an. Und, ja. Schönes Bild, ne? Mach mal ein Foto. Dieses Anlaufen. Ah! Toasty! Was ist los, Lanti? Richtig Toasty und da kommt die Verstärkung. Nicht gut, nicht gut. Was hat Lanola denn? Raus mit der Sprache. Der hat er tatsächlich positioniert, ne? Das ist schon... Ah, ich denke mal, die Nervosität. So oft haben die noch nicht gespielt. Ich glaube, das erste Spiel hier auch im Live zusammen. Ja, Chidi braucht dringend Geld. Dringendst um überhaupt noch gleich die... Ja, diesen Roll, der hier gleich kommen wird, die einigermaßen zu überstehen. Wir schauen mal hier... Jules macht's richtig. Hat's auch gut. Meine liebe Frau wieder. Schweiß die Wäsche in den Trockner. Ja, meine Geliebte. Ich meine Geliebte, meine Frau. Alles klar, Lanti. Und jetzt von Jules der Angriff. Der muss auch kommen. Aber wohin? Auf Bauhof? War da schon ein Rettfeld gebaut? Nee. Ja gut, das kann ihm jetzt... Das kann ihm was bringen, wenn er es schafft. Ja, hat er geschafft. Und das Geile ist, dass Fraser sich jetzt auf den Weg macht. Und die werden Chidi hier in den Mangel nehmen. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Und die hat ein Problem. Fraser hat hier jetzt mal einen Bauhof oben hingesetzt. Und Jules hat mächtig viele Helis verloren. Ich hätte jetzt aber auch gedacht, okay, der Move auf den MBF war ja okay. Aber hier ist jetzt halt wieder einer. Unterstützen wären jetzt erstmal die Tesla gewesen. Damit Chidi hier ein bisschen besser rotieren kann. Und Fraser räumt jetzt hier unten auf. die Frage rein taktisch gesehen. Ist das ein ganz, ganz schwieriges Ding hier. Nee, Chidi. Ganz, ganz schwieriges. Weil sie auf sich alleine gestellt ist. Und jetzt kommt auch noch mal die Mix auf die Tesla rauf. Und das könnte jetzt vielleicht das Go hier bedeuten. Tesla sind weg. könnte jetzt schon reichen, um reinzugehen. Der Fraser geht hier schon rein. Und auch der Sunny hier mit den V2. Ganz vorsichtig. Mal sehen, wie lange hier Chidi das aushält. Du hast aktuell keine Kohlen. Guck gerade bei sich in der Base. Er baut wieder Helis. Und jetzt geht der große Kampf hier los. Auch der Sunny jetzt rein. Fraser unten. Ah, Chidi verkauft. Geiligst Ding wäre es gewesen, hätte er ja schon eine Kohlenz-Sphäre gebaut. der Jules Stark und hätte Chidi rübergeholfen. Und jetzt die Einfahrt hier von Sunny bei Chidi in die Base. Und Fraser macht sich gar nicht erst auf den Weg, blockiert einfach unten. Und das macht er. Das machen die beide gut. Normale Spielgeschwindigkeit. Da, die BMTs. Oh, 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 oh. Was ist da drinne? Ich glaube, das sind Tanjas drinne. Oder doch nicht. Da, da sind die Sprengluder drinne. Und jetzt geht's los. Es wird gesprengt. Ei, 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 ei. Remy Demi hier. Und hier war der Jules unterwegs. Hat ein bisschen was versucht rauszunehmen. Einer Fraser hat auch nicht so viel. Auf der Chidi sieht es nicht gut aus. Da muss ich mächtig zurückziehen. hier in der Ecke gefangen. Jetzt hängt das alles von Jules ab. Wird er es schaffen oder wird er es nicht schaffen. Ich versuch's hier nochmal mit ein paar Soldaten. Wisst ihr was? Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ich müsste mal eben ganz kurz inzwischen, wie war ich so kurz, wo ich ich hab glaub die beiden Teams gar nicht in jeweilige Channels gepackt. Ja, genau, Chidi. Und du schreibst das gerade in dem Moment. Ich denk, das hab ich gerade eben gedacht. Sag mal, ich glaub, ich hab die in einem Channel gelassen. Eieieieieiei. Ich glaub, ich hab euch in einem Channel gelassen, ne? Oh, nein. Und hier. Jules Stark. Versuch noch zu verteidigen. Ich würde mal mal mit dir abschlacken, ob das in der Gewichtung gefallen ist. Das war... Ich hab's völlig vergessen, euch abzuschieben. Oh. Und hier ist Sunny jetzt unterwegs mit dem Mix. Und hier hat er sich vorgebaut. Ja, ja, an der Ecke kann man sich rüberbauen, ne? Wie ich vorhin gesagt hab. Das klappt. 42 Minuten noch. Hängt... Hängt alles... Hängt alles jetzt von Jules ab. Da kommt... Das mit Geschwader. Ja, jetzt wird er hier massig davon gesetzt. Und hier hat er die Helis. Gegenseitig nehmen sie sich jetzt PR hier die Gebäude raus. Hier kann man sich... Kann man sich gut positionieren. So ein, zwei Tanjas wären hier sehr, sehr gut. Die würden gut helfen. Und die Flags... Ah, würde ich gar nicht setzen. Die Flags sind einfach zu schwach. Äh. Gut, sie halten länger. Halten mehr aus. Aber die Rockets sind gar nicht verkehrt, weil sie mobil sind. Und jetzt die... Ja, Jules hat auch kein Geld mehr. Wird schwieriger. Ist natürlich hart, wenn man die Brücke zerstört bekommt. Da kommt man nicht rüber. Und jetzt sehen wir... Da ist der Bauhof. Verstärkung gleich nach vorne, damit er kürzere Wege hat. Oh, oh. Hat jemand Zwiebeln dabei? Wir haben den Mettpanzer hier wieder im Spiel. Kann mir gut vorstellen, dass es hier gleich eine Kombo gibt mit einer Chronosphäre. Gucken wir mal, ob wir eine Chronosphäre sehen. Wäre die Option. Keine Chronosphäre. Okay. Ah. Also keine Chronosphäre. Hätte ich jetzt gedacht, dass der Fraser eine Chronosphäre baut, um den Mettpanzer nach rüber zu bringen, inklusive einen Vorhang raufsetzen und dann, ja, gib ihn. Gerade hier würde er massiven Schaden verursachen. Ich kann doch noch mal gucken, ob ich was übersehen habe. Da ist die Chronosphäre. Aber die ist noch frisch gebaut. Die war eben noch nicht da. Also meines Erachtens nach. Oder habt ihr sie gerade gesehen? Also ich habe sie nicht gesehen. Oh ja, obwohl ich da unruhig gescolt bin. Ah, ich denke mal, hier wird gleich ein Move-Out passieren. muss 1 sein. Kann auch sein, dass sie keinen Strom hat. Und da ist sie tatsächlich. Da. Genau das, was ich sagte. Boom. Guckt euch das an. Oh. Und jetzt kommen die Mix. Jetzt kommen die Mix. Er hätte 4 Geschwader fliegen müssen. Hätte gereicht. Er hätte 4 Gebäude gleichzeitig rausnehmen können. Oh, die Tanja. Das ist Tanja. Oh, massiver Angriff. Massiv. Grandmaster, danke. Dir für den Follow. Eieiei. Das hat gefruchtet. Gute Kombo. Jules Verkauf. Jules Verkauf. Das war ein wahnsinniger Move. Ja, richtig guter Move von den beiden hier. Ich muss aber auch sagen, ganz harte und fiese Taktik, aber gehört zu dem. Kriegstaktiken hier zu. Spieltaktiken. Die Brücken zu zerstören beim Gegner. Jules hatte keine Möglichkeit und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der Tee hier oben zu Hilfe geeilt wäre mit Panzern. Aber sehr früh abgeschnitten. Sehr, sehr früh. Und ja, da sind die Sprengluder. Aber Jules will sie nicht leben lassen. noch mal rüber. Und glubb. Und nice Movement. Definitiv. Gerade wie ich das meinte mit dem Madpanzer. Sehr schön gemacht. Das sehen wir nicht so oft. Die Tanjas kam hier raus. Er hat sich rübergebaut. Er hatte Kasernen rübergezogen und da die Tanjas rauskommen lassen. Und die sind aber rübergelaufen. Jetzt werden noch die letzten Einheiten hier rausgenommen und dann ist es besiegelt. Dann muss ich mit den beiden Teams mal reden. Denn ich habe ungeschickter Weise sie in einen Kanal gelassen. Oh gut, beide Teams hätten auch reagieren können. Hallo, schiebt mich weg. Immer so zur Info. Halt ab hier. Und da ist einer von den Bobs und das Match ist vorbei. Wir schalten das mal wieder ein bei denen. Oh, meine Lieben, ich glaube, ich habe euch echt einen geilen Gefallen getan, oder? Indirekt. Indirekt, ne? Das müsst ihr beantragen, bei den Chiris. Ich habe es am Anfang geschrieben, im Ingame oben links. Ich dachte, du liest es. Ne, das sehe ich nicht. Ach so. Ihr müsst mich bei Discord direkt anschreiben, oder im Chat einfach schreiben, die Möglichkeit hat. Ja, habe ich hinterher gemacht, habe ich dir noch eingeschrieben, lieber Katte, du hast nicht zu viel den ein. Ja, das war aber schon, wo du gerade rausgeflogen bist, das war sehr, sehr spät. So was müsst ihr ganz am Anfang machen. Ja, aber wenn du schreibst, sowas selber, dann reintappen, rauszappen, das dauert ein bisschen momentan, also das geht hier in die Floki OG. Gut, ist aber fürs Spiel geschehen, meine Lieben, also da hätten wir ja gleich neu gestartet, beziehungsweise ich hätte dann euch runtergezogen. Aber das klären wir hinterher nochmal. Alles klar. Aber auf jeden Fall hat es gezeigt, wie fies diese Taktik ist und Chili hat schon Erfahrung mit dieser Taktik gemacht, dass man ihr die Brücken einfach wegschneidet, ne? Ja, das ist, und er macht, macht ihr das doch unten. Ja, aber Chili kennt diese Taktik, weil sie das selber schon hatte, dass ihr die Brücken weggesprengt worden sind und sie konnte dann auch nicht mehr expandieren, genauso wie du jetzt gerade, Jules. Ich weiß. Echt fies. Der Vorteil ist, man ist da schön defensiv zwar, aber man hat auch echt Nachteile, man kommt da schlecht raus. Ja, aber dennoch war es ein gutes Movement am Ende hier, gerade mit den Mettpanzern, das war schon ein nicer Move. Und wegen euren Spielern, da schnacken wir auf jeden Fall nochmal drauf. Alles klar. Ne? Machen wir. Wie geht's euch sonst? Man lebt noch, alles klar. Man lebt. Alle angeschlagen jetzt. Vor dem Match noch. Yay! Und jetzt? Ich kenn das. Ich kenn das. Es war so still die ganze Zeit. Jemand wollte was sagen, aber der andere hat ja zugehört. Nächstes Mal, ganz ehrlich, bricht das Spiel ab und sagt Cutter, hey, immer das Beste. Das war diesmal echt mal einfach vergessen. Auch mir passieren Fehler, kennt ihr ja. Katastrophen. Ja, genau. I believe I'm falling asleep at the wheel. I see things that I don't believe to be real